Herzlich Willkommen auf meinem Dach. Ich bin's der Flo. Geil wäre ein Gebäude, in dem wir so bauen könnten wie in der Natur. Okay, dann können wir jetzt loslegen. Wir freuen uns schon vor. Nach dieser Linie. Was ist denn mein Bester? Ich wollte den Wald gehen ein bisschen abtrippen. Aber woher kommt denn das? Das sieht sich aus. Weißt du, hier ist die Decke und Runden und... Komm geschwind, komm geschwind ins Wunderland. Immer weiter. Ja! Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Oh, oh. Ich mach mal die Tür zu. Vielen Dank.